Indiana Jones und das Rad des Schicksals, aka Indiana Jones Teil 5, ist ab sofort in deutschen Kinos zu sehen, der womöglich oder sehr wahrscheinlich letzte Teil mit Harrison Ford als der berühmte Charakter Indiana Jones inszeniert dieses Mal nicht von Steven Spielberg zum ersten Mal, sondern von James Mangold. Steven Spielberg hat natürlich aber trotzdem produziert, gemeinsam mit George Lucas zusammen. James Mangold, der hat Filme gemacht wie zum Beispiel Logan, das heißt er kann durchaus ältere Superhelden gut zu ihrem Ende führen. Ob er das mit Indiana Jones auch schafft, das erfahrt ihr jetzt in der Kritik. Indiana Jones Teil 5 spielt, soweit ich glaube, Ende der 60er Jahre. Indiana Jones ist selbst von seinem Job in der Universität, ist er im Ruhestand. Auch seine Ehe hat leider nicht funktioniert. Er fristet ein durchaus einsames älteres Dasein, wird dann aber durch Helena, die Tochter eines Freundes von ihm, in ein neues Abenteuer reingezogen. Denn sie ist auf der Suche nach dem Rat des Schicksals, das Indiana Jones gemeinsam mit seinem Freund vor Jahren im Zweiten Weltkrieg gefunden hat. Und er schließt sich daraufhin, also Indiana Jones, Helena an, um das Rat des Schicksals diesmal zu kompletieren. So ungefähr fasse ich es jetzt mal zusammen. Der Film hat ja durchaus so ein bisschen für negative, einen negativen Response gesorgt, sage ich jetzt einfach mal. Interessanterweise natürlich, bevor die meisten Leute diesen Film gesehen haben, will ich auch gar nicht so viel darauf eingehen. Aber ja, dieser Film hatte schon, ich glaube ein Jahr vor Veröffentlichung gab es schon, was weiß ich, wie viele Videoessays und so weiter darüber, warum das hier der schlechteste Indiana Jones Film oder vielleicht sogar der schlechteste Film aller Zeiten ist. Und das liegt nicht daran, dass Teil 4, Kingdom of the Crystal Skull, als der vor, ich glaube über zehn Jahren rauskam, so enttäuschend war für viele. Das liegt tatsächlich für viele Leute daran, dass hier Phoebe Waller-Bridge präsent als Helena auftritt, die eine sehr präsente Rolle halt als Frau in diesem Film hat. Du kannst einiges über den Film lesen, was ja nicht alles reinbringt, an politischen Motiven und so weiter und so fort. Und Disney steht ja eh bei so vielen Leuten in der Kritik, weil sie zu woke seien und so weiter. Ich habe tatsächlich auch mal einfach aus Interesse Indiana Jones 5 Review über YouTube eingegeben und die Hälfte aller Überschriften bei YouTube zu Indiana Jones 5 waren Desaster, unwürdig, the worst movie ever und so weiter und so fort. Ist das hier der schlechteste Film aller Zeiten? Ist das hier ein absolut unwürdiges Ende für den Indiana Jones Mythos? Nö. Aber in der ganzen YouTube-Bubble, gerade was Reviews angeht, ist Nuance. Also Nuancen werden immer mehr, naja, ich sag mal, Antakta geschoben. Entweder man liebt die Sachen oder man hasst die Sachen und die Leute, die dann halt sagen, ich fand es halt irgendwie so mittel, die fallen so ein bisschen raus. Aber ich bin ja hier, um meine ehrliche Meinung abzugeben, ich hätte natürlich auch schreiben können, Indiana Jones 5 ist der schlechteste Film aller Zeiten, weil Feminismus, das wäre aber erstunken und erlogen gewesen, denn dieser Film ist a. weder daran interessiert, irgendwie eine großartige feministische Botschaft zu übertragen und b. ist er einfach ganz okay. Ich bin jetzt auch nicht der riesen Indiana Jones Fan. Das liegt nicht daran, dass ich die Ursprungstrilogie nicht mag. Das liegt nur daran, dass ich sie erst sehr, sehr spät gesehen habe. Also ich bin nicht damit aufgewachsen. Mein Indiana Jones war immer die Mumie mit Brandon Fraser, weil ich einfach in den 90ern groß geworden bin. Aber ich habe die Filme alle nachgeholt und ich mochte sie alle ganz gern. Ich habe gesehen, wo der Hype und wo die Liebe herkommt tatsächlich. Auf der anderen Seite ist es halt jetzt aber auch nicht so, dass ich von diesem Film irgendwie ein Meisterwerk erwarte. Ich erwarte nicht, dass ich emotional komplett ergriffen am Ende weinend da sitze, weil es das letzte Harrison Ford Indiana Jones Abenteuer ist. Und mit der Herangehensweise fand ich das, was da geboten war, okay. Ich hatte sogar die Befürchtung, dass dieser Film sich zu sehr in einer großen Nostalgie suhlt. Das heißt, dass der Film 50.000 Charaktere aus den Filmen davor wiederbringt, ständig nur One-Liner aus den alten Filmen wiederholt, Storylines wiederholt usw. Alles, damit die Fans eine größtmögliche Reaktion haben, ohne dass der Film eigentlich eine eigene Geschichte erzählt. Das haben wir in der Vergangenheit ja schon öfters erlebt bei großen Franchise-Filmen. Das ist hier nicht so. Also nicht, dass der Film jetzt irgendwie eine großartig neue Geschichte erzählen würde oder so. Aber er hält sich in meinen Augen mit Verweisen und so weiter und dieser Nostalgie erfrischend zurück zu so einem Maße, dass das hier gar nicht so sehr das große Finale ist von Indiana Jones und es auch gar nicht sein will, sondern so ein Epilog irgendwie. So ein letztes Abenteuer, was jetzt aber auch nicht all die losen Fäden aus den letzten 50 Jahren zusammenführt, sondern was einfach ein weiteres Indiana Jones Abenteuer ist. Und das fand ich ganz nett, dass der Film sich nicht zu sehr aufbläst inhaltlich. Jetzt ist Harrison Ford alt und das merkt man in diesem Film auch an. Es gibt ein paar Action-Szenen mit ihm, aber so diese klassische Indiana Jones-Action, die wird es hier nicht mehr geben und die gibt es hier auch nicht mehr. Jetzt ist der Film aber Gott sei Dank auch nicht wie Kingdom of the Crystal Skull total überfüllt oder überladen oder überzeichnet. Also hier in diesem Film schwingt niemand mit Affen durch den Urwald, sondern die Action-Szenen sind alle ein bisschen kleiner und intimer und Harrison Ford teilt halt eben auch nicht mehr so aus, weil er älter ist. Das überlässt er dann anderen Leuten. Das fand ich aber alles passend. Ich hätte es eher unpassend empfunden, wenn Harrison Ford hier, ich weiß nicht, mit einem riesigen Hammer irgendwie 30 Dudes irgendwie weghaut die ganze Zeit. Ähm, nee, das macht der Film Gott sei Dank nicht und dennoch gibt es immer noch Action-Sequenzen, die sehr, sehr aufregend sind. Gerade zum Beispiel die ersten 20, 25 Minuten sind eine große Flashback-Sequenz, die auch mit diesem De-Aging-Programm arbeitet, wo Harrison Ford dann als jüngerer Indiana Jones auftritt. Und obwohl das CGI jetzt nicht überragend ist, muss man ehrlich sagen, hat mir die Szene sehr gut gefallen. Und da habe ich auch das Gefühl, da haben die dieses, diese alte Indiana Jones Trilogie nochmal aufleben können. Also die Anfangssequenz hat mir wirklich gut gefallen und sehr viel Spaß gemacht. Und dann, wenn der Film in die, in die Zukunft geht sozusagen, wie gesagt Ende der 60er ungefähr, zu Zeiten auch der Mondlandung und so weiter, ähm, nimmt der Film schon einen etwas ruhigeren und zurückgelehnteren Ton an, den ich aber ganz nett fand. Ähm, wie auch gerade gesagt, das hier ist kein großartiger Abschluss, es ist einfach nur ein relativ leichter Abenteuerfilm, in dem Indiana Jones und Helena und noch ein kleinerer Sidekick, äh, verschiedene Teile von einem Artefakt suchen und dadurch Höhlen durchlaufen und Rätsel lösen müssen. Also klassischer Indiana Jones-Film irgendwie. Und, ähm, auch das fand ich ganz nett, dass der Film halt nicht versucht, eine Tiefe aufzubauen, die nicht da ist. Und ich fand es im Großen und Ganzen auch ganz unterhaltsam gemacht. Es ist ein bisschen zu lang, also der Film ist zweieinhalb Stunden lang und gerade in der Mitte gibt es eine Actionsequenz auf einem Boot, die ich grundsätzlich eigentlich ganz nett fand, aber wo ich, wo der Film sich ja ein bisschen zu sehr wiederholt hat. Mads Mikkelsen tritt hier als Bösewicht auf, er macht das gewohnt gut, er ist eine tolle Bösewicht-Präsenz, aber irgendwann verfällt dieser Film so ein bisschen zu sehr so einen repetitiven, äh, Flow von Indiana Jones und Helena, ähm, suchen das Artefakt, springen von Ort zu Ort und Mads Mikkelsen als Böser folgt ihnen. Das wurde teilweise ein bisschen repetitiv. Da hatte ich das Gefühl, hätte man den Film locker runterschneiden können auf zwei Stunden und der wäre ein bisschen knackiger gewesen. Jetzt ist es auch so, dass, ähm, die Story an sich, ähm, absichtlich, wie gesagt, nicht so komplex sein will, aber jetzt auch nicht unbedingt, selbst im Indiana Jones-Universum fand ich sie teilweise nicht ganz glaubwürdig. Also zum Beispiel, wo so ein paar Artefakte gefunden werden, dachte ich mir, wie kann es sein, dass das niemand bisher gefunden hat? Ähm, und zum Beispiel auch bei den Charakteren. Ähm, Harrison Ford macht das gut als Indiana Jones. Er hat Spaß daran, die Rolle zu spielen. Ähm, eine große Komplexität hatte die Rolle noch nie und kriegt sie auch hier nicht. Da ist, äh, Phoebe Waller-Bridge's Figur von Helena schon ein bisschen interessanter, weil sie so eine halbe Antagonistin ist, aber eben auch Protagonistin, weil man nie so recht weiß, wird sie in Indiana Jones in den Rücken fallen oder nicht, weil sie eine Opportunistin ist, weil sie nur am Geld interessiert ist und natürlich eine traumatische Vergangenheit hat. Aber das bringt der Film nicht so ganz gut zusammen. Also Phoebe Waller-Bridge hat eine gute Präsenz und, äh, sie wertet den Film auch auf durch ihren Charme, aber ihre Figur, da wusste ich oft nicht so ganz, woran bin ich hier jetzt eigentlich? Und da hat der Film einfach zu wenig Zeit drauf verwendet, auf diese Charakterzeichnung, als dass mich das wirklich mitreißen konnte oder dass ich jetzt mitfühlen konnte. Das endet dann alles in einem Finale, das ich natürlich nicht spoilern werde, aber das irgendwo zwischen, ich war irgendwo begeistert, weil es vollkommen absurd ist und ich fand's immer ein bisschen lächerlich, weil es vollkommen absurd ist. Das ist auf jeden Fall etwas, ähm, was man im Gedächtnis bleiben wird. Das kann man vom Rest des Films nicht so sagen. Ich würde Indiana Jones und dem, und das Rat des Schicksals am Ende 6,15 Punkten geben. Ich fand mich gut unterhalten. Das ist ein klassischer Popcorn-Film, mit dem man, glaube ich, nichts falsch macht, wenn man keine riesigen Erwartungen reinsteckt. Wenn man einfach nur klassisch Abenteuerfilm-mäßig unterhalten werden will, mit durchaus charmanten Darstellerinnen und Darstellern, ein paar wirklich gut gemachten Action-Sequenzen, wo selbst das CGI ganz gut funktioniert hat. Also ich hatte sogar das Gefühl, der Film hatte mehr praktische Effekte, als ich's im Vorfeld vermutet hab. Der einen guten Flow hat irgendwie, ja, er ist zu lang, aber insgesamt eine spaßige Zeit. Wer das erwartet, der wird hier, glaube ich, nicht so viel falsch machen. Wenn man hier das große Finale von Indiana Jones erwartet, das emotional all die Stringe zieht, das nochmal alles zusammenbringt und das richtig mit einer riesigen Wucht daherkommt, dann wird man wahrscheinlich enttäuscht werden, weil das will der Film auch gar nicht sein. Wenn ihr den Film gesehen habt, dann würde mich sehr interessieren, wie er euch gefallen hat. Schreibt mir das gerne in die Comments, lasst gerne ein Like oder ein Abo da, das hilft mir, das hilft dem Channel. Das würde mich sehr freuen und ja, falls ihr noch nicht gesehen habt, wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit Indiana Jones und das Rad des Schicksals und sage Ade.